Der Streit um den von Rentnern besetzten Seniorentreffen Pankow spitzt sich zu. Der Bezirk stellte jetzt Strafanzeige. Ein Demonstrant habe den Hausmeister angegriffen und ihm den Schlüssel für das Haus weggenommen, so der stellvertretende Bezirksbürgermeister Kirchner. Er forderte die Rentner auf, sich von solchen gewalttätigen Aktionen zu distanzieren. Sie hatten das Haus am vergangenen Freitag besetzt, weil es aus Kostengründen geschlossen werden soll.